So Freunde, Hi. Wir haben vorhin festgestellt, dass wir, obwohl hier relativ komplexe Planungen ausgehen, dann doch so ein bisschen langsam, aber sicher nach sechs Wochen irgendwann zu schwächeln, hier bemerkt, wenn das der Schlag ist, irgendwann vorbei ist. Und da jetzt Wochenende ist, werden wir zu einer kleinen Challenge stoppen. Und wir meinen ich natürlich auch euch. Das heißt, ihr gibt quasi jetzt die nächsten drei Tage drei Videos. Und haut mal 60 Minuten lang richtig rein. Also, stellt Stopp auf 60 Minuten und dann zieht er durch. Als allererstes beginnt er heute mit Liegestütz bzw. Damenliegestütz, je nachdem. Und er versucht quasi so viel wie möglich in 60 Minuten durchzuziehen. Gestaltet die Pausenzeiten so, dass ihr halt durchhalten könnt, aber nicht so, dass ihr einsteigt. Also ganz konkret, einfach normale Liegestütz. Schön bis runter. Im besten Fall berührt quasi die Brust den Boden. Oder ihr macht 20 Meter auf den Klinik. Da achtet drauf, dass der Humpf gerade bleibt und es noch in die Liegestütz wird und ihr nicht hier runter geht. Okay? Also, 60 Minuten einstellen und dann richtig hocken, was das Zeug hält. Notiert euch die Anzahlen und dann kommt morgen früh die nächste Challenge und dann das Gleiche nochmal für Sonntag jeweils mit einer richtig coolen Übung. Haut rein, gebt euer Bestes. Macht so, dass ihr selber stolz auf euch sein könnt. bis gleich viel Spaß!